Ich bin Johannes. Ich möchte euch mitnehmen zum Morgen nach dem Passchafest. Was war das für eine Nacht im Garten Gethsemane? Immer und immer wieder sind wir eingeschlafen. Es tut mir leid, dass wir nicht mit Jesus wach geblieben sind. Er hätte es bestimmt gebraucht. Er weiß doch, was ihm Schlimmes bevorsteht. Warum läuft Jesus nicht weg, frage ich mich. Er könnte sich doch verstecken und es würde ihn niemand finden. Aber das tut er nicht. Vielleicht ist es sein Vertrauen in Gott. Und dann höre ich sie. Soldaten. Sie gehen auf Jesus zu. Allen voran Judas, der doch eigentlich zu uns gehört. Aber Jesus hatte es schon vorausgesagt. Judas wird ihn verraten. Dann nehmen die Soldaten Jesus gefangen. Ohne Widerstand geht Jesus mit. Er weist uns sogar zurück, als wir ihn schützen wollen. Ich kann es gar nicht fassen. Warum sagt er nichts? Wie schafft er es, selbst in so einer Situation noch an den Frieden zu denken? Als wir alleine sind, muss ich immer wieder daran denken. Frieden. Keine Gewalt. Die Liebe ist stärker. Das war doch Jesu Botschaft. Jesus steht vor dem Hohen Rat. Der Hohen Rat sind die Männer, die Entscheidungen über das Volk der Juden fällen. Man könnte auch sagen, sie sind das Gericht der Juden. Die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten des Hohen Rates wollten Jesus loswerden. Immer wenn wir ihnen begegnet waren, konnten wir spüren, dass es sie störte, was Jesus über Gott erzählte. Und heute, Jesus ist ganz ruhig, als sie ihn beschuldigen, er würde sich als Sohn Gottes darstellen. Jesus sagt nur, du sagst es, ich bin Gottes Sohn. Das ist für den Hohen Rat ein klarer Gesetzesverstoß, der mit der Kreuzigung bestraft wird. Ich kann es gar nicht glauben. Sehen Sie denn nicht, mit welcher Liebe Jesus den Menschen begegnet? Er ist doch kein Verbrecher. Auf dem Hof beobachte ich, wie sich Petrus mit anderen Menschen am Feuer wärmt. Dreimal fragen ihn Leute, du bist doch auch ein Freund von Jesus. Und jedes Mal sagt Petrus, nein, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Als nach dem dritten Mal ein Hahn kräht, fällt mir wieder ein, dass Jesus schon zu Petrus gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht zu kennen. Es tut mir leid, dass Petrus nicht den Mut hat, zu Jesus zu stehen. Aber hätte ich den Mut gehabt? Wir haben ein Gesetz und danach muss er sterben, sagen die Hohepriester zu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ist römischer Stadthalter. Er hat das letzte Wort in unserem Land. Denn der Hohen Rat alleine darf Jesus nicht zum Tod verurteilen. Pilatus sieht auch, dass Jesus kein Verbrecher ist. Er möchte ihn freilassen. Aber die Leute, die beim Verhör zuschauen, rufen, kreuzige ihn! Immer lauter fordern sie, dass Pilatus Jesus zum Tod verurteilt. Ich bekomme Angst. Am liebsten würde ich dagegen halten. Aber ich kann nicht. Zu laut sind die Menschen. Ich hatte gehofft, Pilatus würde Jesus die Freiheit schenken. Aber er tut es nicht und schiebt die Schuld auf die Menschen, die den Tod gefordert haben. Ich werde unglaublich traurig. Traurig, weil ich nichts tun kann. Jesus wird ausgepeitscht und ausgelacht. Eine Dornenkrone setzen sie ihm auf. Mir tut es weh, ihn so zu sehen. Das schwere Kreuz wird auf seine Schultern gelegt. Er muss es selbst tragen. Menschen stehen am Straßenrand und schauen zu. Der Weg bis zum Kreuzigungsberg ist steinig und steil. Dann passiert es. Unter der Last des Kreuzes bricht Jesus zusammen. Ich stehe neben Maria, seiner Mutter, die Jesus voller Liebe und Traurigkeit ansieht. Wie schwer muss es ihr fallen, ihren Sohn so zu sehen. Die Blicke von Jesus und Maria treffen sich. Auch in Jesu Blick erkenne ich die Liebe zu seiner Mutter. Jesus kann das schwere Kreuz kaum noch tragen. Die Soldaten befürchten, dass er zu schwach ist, um den ganzen Weg zu schaffen. Ein Mann mit dem Namen Simon von Cyrene kommt gerade von der Feldarbeit. Ihn zwingen die Soldaten, das Kreuz ein Stück weit zu tragen. Jesus, der jedem Menschen mit Liebe begegnete, braucht jetzt die Liebe von anderen. Auch eine Frau mit dem Namen Veronika schafft es, Jesus voller Liebe zu begegnen. Sie reicht Jesus ein Tuch, mit dem er sich den Schweiß abwischen kann. Der Abdruck von Jesu Gesicht bleibt am Schweißtuch sichtbar. Auch in mir bleibt die Erinnerung an das Gesicht Jesu. Schmerzverzerrt, aber immer noch voller Liebe und Dankbarkeit für die Begegnungen mit den Menschen am Wegrand. Nach dem steinigen und schweren Weg kommen wir auf dem Berg Golgotha an. Auf dem Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wird. Ich kann es kaum mit ansehen, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird. Tränen laufen mir übers Gesicht. Es sind nicht mehr viele Menschen am Kreuz, aber einige Frauen sind geblieben. Ich spüre, ich kann Jesus nicht helfen, aber ich kann bei ihm bleiben, ihn in dieser schweren Stunde nicht allein lassen. Mit Maria bleibe ich unter dem Kreuz. Jesus sagt uns, wir sollen füreinander sorgen, wie Mutter und Sohn. Es ist traurig, aber ich merke, dass wir füreinander da sein werden, wie Jesus es vorgemacht hat. Seine Liebe, die bleibt. Als Jesus immer schwächer wird, sagt er schließlich, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ja, ich kann glauben, dass Jesus wirklich zu Gott geht. Dann stirbt Jesus. Im ganzen Land wird es dunkel. Auch die Soldaten spüren, das war wirklich Gottes Sohn. Später wird Jesus in ein Grab gelegt. Irgendwann danach muss ich noch daran denken, was Pilatus über das Kreuz geschrieben hatte. Jesus von Nazareth, König der Juden. Ein König? Ja, das war Jesus. Kein König, der gekämpft hat oder der über Menschen geherrscht hat. Jesus war ein König der Liebe. Jesus war ein König der Liebe. Ich bin 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 ein König der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020